Jo, hi Leute, grüße auch. Ja, den Film in Unertal bin ich leider nicht fertig. Ich weiß nicht, an wo das leid. Aber ich habe schon mit dem Archiv geguckt und da habe ich auch noch einen Film von. Der ist auch in Unertal. Der ist so zehn Jahre alt. Das war jetzt nicht mit dem Film, da kam eben gerade die Wespe. Alles klar, den könnt ihr auch hier jetzt mal angucken. So, so 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 Wir haben jetzt gewusst, dass wir uns das richtig machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017